Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Enners Fußball-Ecke. Hallo liebe Fußballfreunde, ein neues Fußball-Quiz. Und zwar heute wieder, wo ist der Spieler, wo ist der Trainer oder wo ist der Verein? Dann viel Spaß. Dann fangen wir mal an. Wo ist Harry Kane? Und wer hat ihn gefunden? Richtig, oben in der ersten Reihe, der vierte Spieler von rechts. Super gemacht, dann geht's weiter. Oh ok, so viele Torhüter auf einmal. Und zwar, wo ist Kevin Trapp? Super, richtig, Kevin Trapp ganz ohne in der letzten Reihe, der zweite Spieler von rechts. Und wen suchen wir jetzt? Wo ist Mesut Özil? Und habt ihr ihn schon gefunden? Richtig, ganz ohne in der letzten Reihe, der zweite Spieler von links, Mesut Özil. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Oh, wo ist der Trainer vom FC Everton? Richtig, wer ist denn überhaupt der Trainer vom FC Everton? Und wer hat's gewusst? Richtig, Carlos Ancelotti. Oben in der ersten Reihe, der zweite von rechts. Super gemacht. Ja, die Farbe Blau. So viele Blau-Spieler. Okay, wir suchen Timo Werner. Richtig, Timo Werner ganz unten, der zweite Spieler von rechts. Sehr gut. Und habt ihr noch Lust? Dann geht's weiter. Okay, okay, nur Vereine. Wo spielt Patrick Schick? Richtig ist natürlich Bayer Leverkusen. Ganz unten der vierte Verein von rechts. So, meine Freunde, eins habe ich noch. Oh, nur rote Spieler. Wo ist Leon Goretzka? Und wer hat ihn gefunden? Richtig. Oben in der ersten Reihe, der dritte Spieler von rechts. Leon Goretzka. Ja, das war quasi der zweite Teil. Ich hoffe euch, dieser Teil hat euch auch gefallen. Schreibt doch in den Kommentaren, wie viel ihr richtig gehabt habt. Und sehr, sehr gerne abonniert meinen Kanal. Ihr könnt das Video auch ruhig teilen mit euren Freunden. Alles klar. Danke. Tschüss.